Die Show war echt hammergeil. Da müsst ihr reingehen, das müsst ihr euch angucken. Sehr gut. I don't know what I expected, but not bad, it was brilliant. Die Bässe, die Trommeln, viel Musik, viel Comedy, die ganzen Lichteffekte, die Soundeffekte. Moment, du bist vertrieben geil. Fantastisch! Du bist vertrieben geil.